das standardwerk wissenschaftliches arbeiten verfasst von manuel rené theysen wurde neu konzipiert in zeiten der plagiatsjäger der gutenbergs ist die angst bei der eigenen arbeit egal ob seminar bachelor oder masterarbeit in die plagiatsfalle zu tappen groß der autor manuel rené theysen ist seines zeichens ein begeisterter anhänger der lehre des wissenschaftlichen arbeitens und seit 30 jahren ratgeber für alle studierenden und kopfarbeiter die süddeutsche zeitung schrieb über ihn manuel theysen kämpft seit jahren gegen lug und tug bei abschlussarbeiten und das macht das 311 seiten starke werk auch deutlich zwölf kapitel bieten eine hilfestellung beim verfassen der eigenen arbeiten das werk richtet sich an verfasser in allen phasen es ist konzipiert als persönlicher ratgeber hilfe in der not und im ganzen als ein beispiel denn die zentrale idee des buches ist dass jede zeile jede abbildung jede fußnote und alle verzeichnisse selbst beispielhaft sind beispielhaft für korrektes wissenschaftliches arbeiten das wird auch in der optik deutlich zweifarbiger druck symbole mit hinweisen auf gefahrenquellen werkzeuge und ratschläge führen durch jeden arbeitsschritt das buch dient als musterhafte anleitung zum wissenschaftlichen arbeiten und bringt termin und projektpläne musterkapitel format vorlagen und layout tipps mit am ende der kapitel warten checklisten auf bearbeitung jede einzelne station des verfassens einer arbeit spricht der autor an von der planung über die materialrecherche bis hin zur ergebnisgestaltung bietet das buch anleitung tipps und hilfe der richtigen präsentation der arbeit und dem problemfeld der plagiate sind jeweils eigene kapitel gewidmet zum buch gibt es auch eine app plagiat frei erfolgreich das quiz kostenlos im itunes store und bei google play erhältlich mit ihr kann in einem quiz das gelesene geprüft werden im namen der rezensurin ergeht folgendes urteil nicht umsonst wird der taisen als das standardwerk bezeichnet in der neuauflage finde ich ihn noch besser als ohnehin schon mehr anleitung geht nicht damit lässt sich wirklich jeder arbeit plagiat frei erfolgreich verfassen ich habe den taisen kennen gelernt nachdem ich bei meiner ersten hausarbeit kläglich formal verloren habe deswegen war ich auf der suche nach einem standardwerk was mir erklärt was eigentlich wissenschaftliches arbeiten ist der taisen schafft das in allen einzelheiten mit ihm lernt man korrektes zitieren das anlegen eines literaturverzeichnisses was nicht bemängelt wird quellenangaben er gibt hilfreiche hinweise zum aufbau zur formulierung und zur präsentation mehr geht nicht